Hallo meine lieben YouTuber! Ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu TV-Smovie-Channel. Ja meine Lieben, ihr seht, ich bin draußen. Ich sitze jetzt gerade hier auf der Bank, habe mein Fahrradlemmen gerade abgenommen. Und ja, Bikey ist auch wieder mit am Start. Ich zeige es euch mal gerade. Tada! Ja, da ist mein Bikey. Ja, ich habe das gestern übrigens auch frisch geputzt. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall ganz sauber für euch. Nein, nicht für euch überhaupt. Und ja, ich war gerade noch in der Stadt. Ich musste noch zwei, drei Sachen einkaufen und ich war auch noch bei der Post. Und ihr seht, ich bin hier am Wasser. Ja, so. Genau, bis da hinten. Genau. Und ich habe jetzt gedacht, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit und wir können ein bisschen so erzählen. Ja, so. Ich nehme das Bikey jetzt mal mit. Und ja, auf jeden Fall war ich bei der Post. Und durch diese Corona-Sache dauert das ja jetzt alles irgendwie ein bisschen länger. Die Schlangen stehen, dürfen nur noch begrenzt Leute rein. Und das habe ich eben auch im Supermarkt erlebt. Also musste ich draußen warten. Ich glaube, zehn Minuten oder so, bis ich reingekommen bin überhaupt. Und ja, dann habe ich noch meine Tante getroffen und haben hier ein bisschen geredet. Aber ja, es nimmt jetzt schon Zeit. Also sonst, Leute, ich bin ja mal mit meinem Bikey unterwegs. Und ihr könnt euch dann ja denken, bei euch ist das bestimmt auch so. Ihr stellt schnell das Fahrrad ab, springt in den Laden, seid so gefühlt in fünf bis zehn Minuten wieder draußen. Und jetzt, wenn ich einkaufen gehe, dauert das schon für zwei, drei Teile so eine halbe Stunde. Ja, das ist dann schon nicht so toll. Aber da müssen wir jetzt alle durch. Mal gucken, ja, wie das alles noch so wird. Aber ich bin auf jeden Fall wieder unterwegs. Und ich habe jetzt gedacht, das ist Anfang April. Ich bin ja sowieso immer mit dem Bikey unterwegs. Und ich nehme euch jetzt einfach mal wieder ein bisschen mit. Und dann können wir ein bisschen so erzählen. Auf jeden Fall sollte heute eigentlich schon richtig schönes Wetter werden. Bisher ist es immer noch sehr frisch. Also ich finde es jetzt immer noch kalt. Die Sonne ist zwar ein bisschen da, aber wir haben keine 15 Grad. So wie das eigentlich angepriesen worden ist. Aber ich bin noch optimistisch. Also am Wochenende sollen eigentlich 22 Grad werden. Die sind bis jetzt noch nicht. Ja, aber vielleicht habt ihr die ja. Dann wäre es auf jeden Fall schön. Dann könnt ihr mir ein bisschen Sonne rüber schicken. Ja, und ihr seht, ich bin jetzt hier gerade auf dem Spielplatz. Ich schwenke mal einmal hier rüber. So, Kamera drehen. So, seht ihr das? Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich hier ja so runtergerollt bin. So, so, ja. Und ja, das Teil ist jetzt auf jeden Fall weg. Keine Ahnung warum, wieso, wer es kaputt gemacht hat. Und ich habe jetzt gedacht, ich könnte da mal wieder so rüber, aber ist nicht, Leute. Ist nicht. Ja, ich versuche mal meinen Balki jetzt abzustellen. Ist wieder ein bisschen schwer mit einer Hand. Aber das kriegen wir hin. So, so, so. So, genau. Und ja, ich zeige euch jetzt mal einmal. Genau, wir können ja so schwenken. Ja, das ist der Spielplatz. Und hier kann man dann so rumgehen. Also einmal so um den ganzen Platz. Und hier ist halt dieses Gondelding im Hintergrund, wo ich da langgerollt bin. Und das ist jetzt weg. Ja, leider. Aber, Leute, Bike hier ist ja wieder mit am Start. Und ich muss euch ja noch was Besonderes sagen. Bike hier ist nämlich vor zwei Wochen ein Jahr alt geworden. Ja, also so lange begleitet mich das jetzt schon. Und ich muss sagen, ich bin immer noch mega happy damit. Ich hatte nicht einmal irgendwas so mit meiner Schaltung oder so. Ich hatte nur ein einziges Mal einen Platten. Das war auch mega blöd. Dann so direkt nach der Arbeit. Und ja, aber es war dann ja auch nicht so schlimm. Aber sonst echt mega zuverlässig. Ich bin mega immer noch stolz auf meinen QB. Und ja, ist auf jeden Fall mega cool. Ihr könnt mir ja gerne auch mal schreiben, ob ihr in letzter Zeit viel mit eurem Bike hier unterwegs seid. Ob ihr jetzt so die Zeit vielleicht nutzt, wo ihr auch zu Hause seid. Vielleicht so wie ich. Weil, ja, ich bin ja jetzt schon seit auch, Leute, das sind auch schon ungefähr zwei Wochen, seit ich freigestellt bin von der Arbeit. Und ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr jetzt so die Zeit vertudelt. Nein, wie ihr jetzt so die Zeit nutzt, ob ihr halt viel draußen seid oder ob ihr halt viel zu Hause macht. Also das würde mich mal so interessieren. Vielleicht habt ihr ja noch Tipps, was man so machen kann, Leute. Ja, aber ihr seht, hier ist niemand. Divi ist wieder im Nichts, im Nirgendwo, irgendwo. Und ja, aber das war ja, also ob jetzt Corona ist oder nicht, aber es war ja vorher auch schon so. Also ihr habt ja kaum Leute gesehen, wenn ich mal draußen war, die dann auch mit mir irgendwie hier zu sehen waren. Also Spielplätze sind ja sowieso auch tabu und ja, aber Divi ist trotzdem wieder am Start. Ja, auf jeden Fall finde ich es generell jetzt schön, dass erstmal so der Frühling wieder durchkommt. Ich hoffe, ihr mögt den auch. Alles fängt so langsam an zu blühen. Ihr hört vielleicht auch die Vögelchen im Hintergrund. Ja, das ist auf jeden Fall echt schön. Ja. Achso, ich kann ja auch an dieser Stelle, ich mache das jetzt einfach mal, wollte ich mich eigentlich auch noch ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die 2500 Abonnenten, Leute. Ich habe das ja auch schon auf Instagram gemacht, also da habe ich mich ja auch schon bedankt. Aber die Leute, die natürlich kein Instagram haben, die können das ja auch nicht sehen und deswegen mache ich das jetzt an dieser Stelle auch nochmal, dass ich mich ganz, ganz doll freue, dass mich jetzt schon so viele von euch abonniert haben. Und ja, ich sehe das auch gar nicht als selbstverständlich, ich finde das einfach ganz, ganz toll. Ich freue mich auch über jeden Einzelnen, der wieder dazu kommt oder die netten Kommentare auch, die mir, die ihr mir hinterlasst und Nachrichten oder was auch immer. Auf jeden Fall freut es mich dann von euch auch, positives Feedback dann zu bekommen und ja, das ist voll schön. Also fühlt euch alle jetzt mal ganz fest von mir gedrückt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall mega und das geht jetzt an euch alle da draußen, an dich, du schaust mir ja gerade zu und ja, dir sage ich jetzt ganz doll Dankeschön. Ja, ja, ist auf jeden Fall richtig mega. Dann gehen wir mal weiter. Also hier seht ihr, eigentlich ist das hier ein Fußballplatz. Also finde ich auch mega, dass man hier im Sommer dann Fußball spielen kann. Und hier ist natürlich jetzt gar nichts los, aber wir gehen jetzt mal weiter. Ich wollte auch noch im Park oder so. Ich weiß nicht, wir können jetzt da einfach mal rüber gehen. Da sind zwar ein paar Leute am Arbeiten, aber die wie stört das nicht? Ach Leute, was ich euch noch erzählen wollte. Ich habe ja, wo ich jetzt hier gerade stehe, das Hip-Lock hatte ich mir bestellt. Und das ist ja jetzt auch schon ungefähr ein Jahr her. Ja, also beziehungsweise das ist schon ein Jahr her. Und Leute, ich habe das immer noch um. Also das ist mega. Ich kann das jetzt super schnell abschließen. Ich habe das ja am Anfang so gedacht, hey, dann hast du irgendwie so Probleme, weil das ja doch relativ schwer ist. Aber so nach ein paar Wochen hat sich das dann eingependelt. Also es ist immer noch das Erste, was ich habe. Und ich muss sagen, das ist jetzt auch gar nicht irgendwie abgenutzt oder so. Es ist immer noch richtig super. Ja, seht ihr auch. Also ich kann den Klettverschluss, der lässt sich noch super schließen und so. Und ja, das ist auf jeden Fall richtig cool. Ja, so sieht das aus. Ja, also nochmal dazu. Ich kann euch das nur empfehlen. Dieses Hip-Lock Original 1.05 oder 1.5. Keine Ahnung. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich habe es ja vorgestellt. Und ja, kann ich immer nur weiter empfehlen. Das Einzige, was jetzt nicht so dolle ist, wenn ihr das abschließen wollt, dann müsst ihr irgendwie ja immer eine Laterne oder sowas suchen. Das ist dann nicht so einfach. Also ich hatte schon irgendwelche Laternen, die waren so dick. Und das Schloss hat ja 85 Zentimeter Länge, dass ich echt Probleme hatte, das dann drum zu kriegen aufgrund des Gewichts. Aber auf jeden Fall, es wurde, mein Fahrrad wurde mir nicht geklaut. Es ist mega bombensicher und darauf kommt es ja an. Also ich finde es einfach Hammer. Ja, und falls euch noch nicht aufgefallen ist, meine Jacke ist 1 zu 1 zu dem Fahrrad. Und ich war eben bei der Post, die hatte ich ja eben erzählt. Und dann kam ich raus, voll niedlich und dann so ein Opi zu mir, die Jacke, die passt aber hundertprozentig zu ihrem Fahrrad. Und ich so, ja, ich weiß, Dankeschön und so sagt, das sieht spitze aus. Ja, voll niedlich. Ja, aber es ist schön, wenn die Leute einen immer noch so ansprechen und fröhlich sind, trotz dieser ganzen Situation. Und ja, ich bin es auch. Ich gehöre auf jeden Fall auch dazu. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal rüber in den Park und dann gucken wir mal, was da so los ist. Ja, bis gleich. So, meine Lieben, jetzt sind wir hier im Park. Ja. Jetzt fahren wir hier mal durch. Also ihr seht schon, hier ist es ein bisschen dreckig durch die ganzen Bauarbeiten, die hier links neben mir sind. So, seht ihr, wo wir sind? Ja. Ja, ich denke schon. Ich bin nämlich schon ein bisschen öfters mit euch hier gewesen. So, jetzt gehen wir einmal hier rüber, fahren wir hier rüber. So, einmal zu den Bänken. So, das hier ist der Park. Ja. So sieht das Ganze hier aus. Und Leute, ihr seht wieder keinen Menschen. Also nischt es hier los, bis auf den Steg. Also da sind jetzt doch ein paar Eltern mit ihren Kindern und so. Und viele Rentner sind auf jeden Fall im Moment unterwegs. Und Leute, die Sonne kommt. Erstmal so zwei Minuten Sonne genießen. Ja, die kann ich auch gebrauchen. Meine Hände sind so, so eiskalt. Ich habe auf jeden Fall meine Handschuhe mit dabei. Wie immer, wenn ich so draußen bin. Aber ich hatte jetzt die ganze Zeit meine Winterhandschuhe. Die habe ich gestern gewaschen. Die waren noch nicht trocken. Und jetzt habe ich, kann ich euch mal zeigen. Holt ich hier mal aus meinem Hucksäckle. Muss ich mal schauen, wo die sind. Genau. Die sehen, nehme ich, so aus. So, ja. Das sind jetzt so meine täglichen Handschuhe. Wo es jetzt ein bisschen so wärmer wird. Aber ich hätte auf jeden Fall die anderen gebraucht. Ja, aber wer konnte das wissen. Auf dem Wetterbericht ist halt nicht immer Verlass. Und ja, blöd gelaufen. Ja. Auf jeden Fall ist es richtig schön, jetzt einfach mal so ein bisschen so Ruhe genießen zu können. Wie gesagt, also bei mir ist eigentlich nie viel los. Also ob jetzt das mit Corona ist oder nicht. In meiner Gegend ist irgendwie immer total wenig los. Und man sieht wenig Menschen. Und ich mag das auch total gern, wenn alles so ruhig ist. Und ja, ich schwenke hier jetzt einmal nochmal rüber. Schaut mal. Bike hier ist hier. Und da ist der See. Und die Sonne kommt ein ganz, ganz bisschen raus. Ja. Und die Wiesel ist jetzt hier einfach so. Ich weiß gar nicht, wie spät wir haben. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt sehen. Also wir können da ja mal zusammen lang gehen. So. Ich habe auch noch meine Winterschuhe an. Und dann gucken wir einfach mal, ob die da noch sind. Und Leute, wisst ihr, was ich mir eben gekauft habe? Ihr wisst ja, ich bin immer so auf Süßes. Also Divi braucht immer was Süßes. Und ich habe mir eben diese Traubenzucker-Lollis gekauft. Kennt ihr die vielleicht noch? Also ich weiß nicht, ob es die bei euch auch gibt oder so. Früher gab es die bei mir auch in der Schule an so einem kleinen Kiosk. Und jetzt habe ich mir die auf jeden Fall wieder geholt für 99 Cent. Und ja, auf jeden Fall mega. Mega, mega. Oh, Haare, Haare. So, und Balki kommt mit. Dann gehen wir mal hier rüber ans Wasser. Also wie gesagt, Leute, es ist echt kalt. Selbst wenn ihr denkt, es ist jetzt warm oder so. Ich habe auch meine Winterjacke an. Mehr als 19 Grad haben wir echt nicht. Und für Anfang April. Das ist so blöde. Naja, also keine Ahnung. Sonst hatten wir schon, weiß ich nicht, manchmal schon 25, 27 Grad. Die Leute haben gegrillt und alles. Und jetzt ist das gar nicht mehr. Aber ich hoffe, dass der Wetterbericht recht behält. Und wir über 20 Grad bekommen nächste Woche. Das wäre mega. Ich brauche echt wieder ein bisschen Sonne und Wärme. Und ja. Ich schwenke jetzt mal einmal noch hier rüber. Wir wechseln mal. Schaut mal. So sieht das Ganze hier aus. Ja, tausend Wolken. Wenn die wenigstens nicht da wären, dann hätten wir es warm. Da seht ihr die Entis. Sind die nie voll süß. Also ich mag den Steg auf jeden Fall total gerne. Und ja, ich bin auch mega gerne am Wasser. Ich finde das einfach herrlich. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob ihr auch gerne so in so Stadtpark seid oder am Wasser, am Fluss oder am See. Radfahrer, seht ihr, also ein paar Leute sind noch unterwegs, aber es ist echt, echt wenig geworden. Und ja, es war sogar ein E-Bike. Ich finde das immer total lustig, wenn ich so kaputt bin, ich schiebe jetzt auch mein Bike hier, wenn ich so kaputt bin, dann kommt einfach so ein Opi vorbei, überholt mich und lacht sich noch so ein. Meint, das ist sonst wie toll. Ja, aber wenn er ein E-Bike hat und ich nicht mehr schneller kann, ja, dann hat er natürlich bessere Karten. Ja, so, dann gucken wir mal. Ich glaube, die Babys kann man jetzt auch sehen. Auf jeden Fall hat er ein Pärchen, hat kleine Babys bekommen. Die sind wohl niedlich. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir die jetzt sehen. Ich sehe jetzt vorne Wildgans und ein paar Entis, aber gucken wir jetzt mal. Hier sind wieder meine Entis. Guck mal, ist die nicht schön? Denen geht es allen gut. Die sind alle happy. Da oben sind die Babys, seht ihr die? Ja, und ich bin hier wieder auf dem Steg. So, jetzt stellen wir das Biking mal ab. Oh, Schnürsenkel. So, tue ich jetzt einfach mal hier rein. Hauptsache, der ist zu. Ja, so sieht es hier aus. Und ich glaube, ich mache mich langsam auch wieder auf den Heimweg. Kleinen Skip wartet schon. Und es ist jetzt auch schon mittags. Bald muss ich was essen. Ja, bald muss ich eine Kleinigkeit essen. Und ja, dann würde ich doch einfach sagen, ich beende jetzt mal den ersten Baiki-Vlog 2020. Ich weiß, es war klein, ein kleines Video, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Baiki-Vlog. Macht's gut bis dahin. Und ja, ich wünsche euch einfach noch einen wunderschönen Tag. Macht einfach das Beste aus dem Tag, meine Lieben. Und bleibt natürlich hoffentlich gesund. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video, meine Lieben. Bis dahin. Ciao.